Hallo Leute zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu jetzt einem kleinen Infovideo. Normalerweise würdet ihr jetzt ein wunderschönes Online-Beat von mir erwarten, aber in letzter Zeit, wie soll ich sagen, funktioniert das aus zweierlei Gründen nicht richtig. Einerseits, wie ihr es bestimmt schon mitbekommen habt, habe ich in letzter Zeit auch ein bisschen weniger Bock darauf. Andererseits finde ich auch online gerade überhaupt keine guten Gegner, in die ich schöne Schlachten starten kann. Also die meisten sind entweder zu passiv oder dann funktioniert das mit dem PC nicht oder was auch immer. Aber es gibt andauernd Probleme in letzter Zeit und deswegen möchte ich für diese Woche die Online-Battles wieder pausieren. Heißt, diese Woche kommen auch keine mehr. Aber das ist eine Chance für euch. Ich weiß ja, ihr mögt ja meine Total War Schlacht-Kommentare auch, die ich immer vor Ewigkeiten gemacht habe, dachte ich mir gut. Das ist jetzt so ein Moment, da wäre das ziemlich praktisch. Wie wäre es, wenn ihr jetzt einfach mal mir eure Schlachten gebt? Ich werde es ja für euch kommentieren. Schickt sie mir einfach an cornelius-drag-at-gmail.com. Das steht doch mal unten in der Videobeschreibung drin. So erhoffe ich mir zumindest erstmal über... Also übergreifend, nicht übergreifend, übergehend erstmal ein paar Ersatz-Schlachten quasi zu haben. Erstmal, damit ich erstens wieder die Lust daran bekomme, die Schlachten zu schlagen. Andererseits auch hoffentlich mal wieder Gegner finde, mit denen ich dann schöne Schlachten schlagen kann. Aber das ist für euch jetzt die Chance, Online-Schlachten an mich zu schicken, dass ich die kommentiere. Und falls ihr auch YouTuber seid oder sowas, dann schreibt mir das ruhig mit einer Mail rein. Macht noch einen Link in eurem Kanal und dann verlinke ich euch auch gerne, wenn mir ihr Content gefällt. Und dann habt ihr auch noch was davon. Also das war es auch eigentlich erstmal. Tut mir leid, dass ich euch jetzt enttäuschen muss, damit das jetzt gerade keine Online-Schlacht kommt. Auch diese Woche nicht mehr. Aber so wie der Stand aktuell ist, möchte ich euch auch keine Schlachten antun, die ich da gegen irgendwelche Explosive in Fuzzis schlage. Hoffe ich mal lieber auf bessere Schlachten in Zukunft. In dem Sinne verabschiede ich wieder von euch. Freue mich schon auf ganz, ganz viele tolle Schlachten von euch. Und sage in dem Sinne Ciao und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.